Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, in unserer Prüfungsvorbereitungslektion zum Thema Essen im Deutschkurs A1 nun die Übung 9. Wie lautet die Frage? Bitte schreiben Sie die richtige Frage, den richtigen Fragesatz. Nummer 1. Danke, ich bin nicht durstig. Nummer 2. Danke, ich habe keinen Hunger. Nummer 3. Auf Pizza? Ja. Nummer 4. Ja, ein Gläschen trinke ich gerne. Nummer 5. Nein, ich bin Vegetarier. Und Nummer 6. Nein, ich rauche nicht. Viel Erfolg, die Lösung werde ich Ihnen im Beschreibungsteil in Kürze nachliefern.